Du musst näher bei ihm stehen. Was soll man denn jetzt machen? Panischer gucken, nicht verlachen. Das ist hier keine Kaffeefahrt. Das ist doch lustig. Das hier mal konzentrieren hier. Ich weiß auch nicht. Wie soll ich das denn jetzt machen? Du musst verzerrter gucken. Ja, komm, mach mir das erst mal vor. Ich kann das erst mal vormachen. Doch. Was soll man denn jetzt machen, Marc? Okay. Jetzt kann ich ja nichts dafür. Komm, dann willst du das, was gut wirkt jetzt. Ich lache mir nicht so an. Ihr müsst dichter zusammen stehen, sonst habe ich euch nicht im Bild. Aber ich muss noch mehr lachen. Du musst aufhören zu lachen.